Ein wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, zur Unternehmensvorstellung heute von COSA Resources hier auf RohstoffTV. Mitten im Herzen des kanadischen Uransektors im Athabasca-Becken besitzt COSA Resources 11 zu 100% eigene, aussichtsreiche Projekte mit einer Gesamtfläche von über 190.000 Hektar. Doch damit gibt man sich bei diesem Uran-Explorer noch lange nicht zufrieden. COSA fügt weiterhin neue Projekte und tausende von explorierbaren Hektar durch Abstecken und kosteneffektive Akquisitionen hinzu. Die Kernprojekte von COSA Resources im östlichen Athabasca-Becken liegen strategisch günstig innerhalb oder am Rande von aussichtsreichen nach Nordosten verlaufenden Urankorridoren. Diese Korridore behabern eine der größten und hochwertigsten Uranlagerstätten, die jemals entdeckt wurden, einschließlich der MacArthur River Mine von Cameco. Hervorzuheben ist zum Beispiel das Projekt OSA. Es liegt nur ca. 45 Kilometer westlich der MacArthur River Mine und ist über 60.000 Hektar groß. Es umfasst mehr als 60 Kilometer Streichlänge der Cable Bay Share Zone, einem strukturellen Korridor mit mehreren bekannten Uranvorkommen und ist möglicherweise der letzte verbleibende östliche Athabasca-Korridor, in dem noch keine größere Uranentdeckung gemacht wurde. Bisher wurde dieses Projekt nur spärlich erprobt. Moderne und umfassende luftgestützte MMT-Untersuchungen wurden von COSA bereits im Jahr 2023 abgeschlossen. Im Rahmen dieser Arbeiten wurden mehrere Zielgebiete mit hoher Priorität identifiziert, die sich über eine Streichlänge von mehr als 25 Kilometern erstrecken und aggressive Folgearbeiten rechtfertigen. Die Zielgebiete werden durch entsprechend große Sandstein-Leitfähigkeitsanomalien definiert, die möglicherweise auf hydrothermale Alterationssysteme hinweisen, wie sie bei Cameco Cigalake und MacArthur River sowie bei ISO Energies Hurricane zu finden sind. Bereits in Q4 2023 wurde mit bodengestützten erstklassigen elektromagnetischen Vermessungen über mehrere Zielgebiete bei OSA begonnen. Die anschließenden Diamantbohrungen sollen im ersten Quartal 2024 also jetzt schon beginnen. Ein aussichtsreiches Produktportfolio ist nichts ohne ein erfahrenes und talentiertes Management-Team, um die Uranschätze heben zu können. Doch machen Sie sich keine Sorgen, das Management-Team von COSA Resources verfügt über eine Erfolgsgeschichte im Atabasca-Wecken, die fast unübertroffen ist. Die Verantwortlichen spielten in den letzten 15 Jahren eine bedeutende Rolle bei großen Entdeckungen zusammen mit Giganten wie ISO Energy, Denison Mines und NextGen Energy. Wie sie vom Unternehmen überzeugt sind, zeigt auch die Tatsache, dass Management und Berater 24% der Aktien halten. Weitere 21% werden von Fonds und strategischen Investoren gehalten. Mit zurzeit 5 Millionen kanadischen Dollar an Cash ist COSA Resources gut finanziert, um das erste Bohrprogramm und weitere Projektfortschritte bis Mitte 2024 durchführen zu können. Das visionäre Team von COSA Resources, inspiriert von der bahnbrechenden Hurricane-Entdeckung bei ISO Energy, ist heiß darauf, den nächsten großen Uranschatz zu heben. Der noch relativ günstige Aktienpreis mit nur 46 Millionen ausstehenden Aktien hat noch Luft, durch weitere Explorationserfolge und Landakquisitionen zu steigen. Sie finden alle Informationen auch auf unserer Commodity-TV-App in Deutsch und in Englisch sowie alles rund um das Thema Rohstoff. Wir freuen uns über ein Like und viel wichtiger, abonnieren Sie unseren Kanal. Bitte beachten Sie den eingeblendeten Disclaimer. Die besprochenen Aktien sind oder werden Teil des SRC Mining Special Situation Certificates und ich bin Aktionär des Unternehmens. Vielen Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen aus der Schweiz.